Die Hamburger Boxerin Dilla Kisikjöl ist am Montag anlässlich des Welt-Parkinson-Tages in Potsdam für ihr soziales Engagement mit dem James-Parkinson-Preis 2024 geehrt worden. Die 32-jährige derzeitige WIBF-Weltmeisterin leitet seit Dezember 2021 eine Boxgruppe für Parkinson-Erkrankte. Dabei liegt der Fokus auf der sportlichen Bewegung, die dabei helfen kann, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Für Kisikjöl ist das soziale Engagement eine Herzensangelegenheit. Im Rahmen ihrer Projektreihe Du kämpfst engagiert sie sich für Gewaltprävention und gibt Trainings für Frauen und Mädchen.